Hey, dieser Stapel Bücher, den ihr hier neben mir seht, das sind meine Neuzugänge. Das sind die Bücher, die ich mir in letzter Zeit neu gekauft habe, die angekommen sind, die ich geschenkt bekommen habe. Und dieser Stapel ist einfach mal riesig groß. Leute, es war Weihnachten, ich hatte Geburtstag und ich bin kaufsüchtig. Und es gab ganz viele neue Bücher. Also all das ist irgendwie eine Kombination, die zu diesem Stapel hier leider geführt hat. Und noch ganz kurz, dieses Video ist gesponsert. Es enthält eine bezahlte Produktplatzierung. Das Ganze sage ich euch dann aber, wenn wir zu dem jeweiligen Buch kommen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit diesen ganzen Büchern. Und ich werde jetzt einfach hier oben anfangen und das Ganze nicht in chronologischer Reihenfolge oder nach Themen sortiert irgendwie euch zeigen, weil dann verliere ich selbst den Überblick und dann dauert der Dreh dieses Videos 80.000 Minuten. Auf jeden Fall ist das erste Buch, das ich euch heute zeigen kann, ein Roman von Margaret Atwood, nämlich Alias Grace. Ich habe ja letztes Jahr von Margaret Atwood The Handmaid's Tale, also den Report der Mark, gelesen. Das war eines meiner absoluten Jahreshighlights. Deswegen war eigentlich klar, dass ich bald noch etwas von ihr lesen muss. Und Alias Grace hat eigentlich mein Interesse geweckt, weil dort gerade die Netflix-Serie von veröffentlicht wurde. Und hier geht es um die junge Grace, die verurteilt wird, einen Mord begangen zu haben. Und in einer Nervenheilanstalt trifft sie dann auf einen Arzt. Und dieser verliebt sich in sie. Und wir wissen gar nicht, ob Grace eigentlich tatsächlich eine Verbrecherin ist oder einfach ein gewöhnliches Mädchen. Das wird in diesem Buch vermutlich erklärt. Margaret Atwood hat einen unglaublich beeindruckenden Schreibstil, schreibt sehr gesellschaftskritisch und sehr unter die Haut gehend. Und das erwarte ich mir einfach auch von Alias Grace. Und es hat tatsächlich einen Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen, wie auf diesem Sticker hier unschwer zu erkennen ist. Next up haben wir ein Sachbuch, ein Selbsthilfe-Guide. Und zwar The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Zu deutsch so etwas wie die subtile Kunst des Draufscheißens. Das sollte ich mir vermutlich zu Herzen nehmen, weil ich kann mich unglaublich gut über Dinge aufregen. Ich meine, ihr seht es ja auch auf meinem Kanal, wenn ich mich über schlechte Bücher aufrege, über schlechte Serien, aber eben auch über andere Menschen und auch über ganz viele Dinge von Booktube. Und ich hatte einfach gehofft, dass dieses Selbsthilfe-Buch im Endeffekt mir dabei hilft. Allerdings habe ich angefangen, das Ganze zu lesen und bin einfach überhaupt gar nicht d'accord mit dem, was der Autor Mark Manson hier schreibt. Also das Ganze, was er hier geschrieben hat, ist irgendwie sehr an den Haaren herbeigezogen. Er will einem irgendwie Tipps geben, wie man einfach sich einen feuchten Kehricht schert über gewisse Dinge. Und aber verliert sich irgendwie auf den ersten Seiten darin, dem Leser zu vermitteln, dass er einfach aufhören soll, Dinge zu versuchen und einfach sich nicht anstrengen soll. Also irgendwie, ich scheine den Titel dieses Buches missinterpretiert zu haben. Ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall scheint es nicht mein Buch zu sein. Ich habe es jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht, ob ich darin jemals weiterlesen werde, wenn mich schon dieses erste Kapitel oder die ersten zwei Kapitels unglaublich genervt haben. Sachbücher lese ich hin und wieder und ja, ich glaube, das ist aber nichts für mich. Als nächstes, und vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä? Das hat er doch schon mal gehault, ja? Ich hatte dieses Buch schon mal, habe es allerdings weiter verschenkt. Und jetzt musste es neu mit nochmal hier einziehen, nämlich die Therapie von Sebastian Fitzek. Ich bin ein großer Sebastian Fitzek Fan. Er schreibt gute Bücher und schlechte Bücher. Also, ne? Ja? Mhm. Aber die Therapie soll ja wirklich eines seiner besten Bücher sein. Es ist ein Erstlingswerk und es kann einfach irgendwie nicht sein, dass ich es noch nicht gelesen habe. Deswegen, ja, habe ich mir das einfach gekauft, um meine Fitzek-Sammlung zu vervollständigen und bin gespannt, wann ich endlich mal dazu komme, es zu lesen. Es muss einer der nächsten Fitzeks werden, die ich lese, auf jeden Fall. Hier seht ihr vielleicht schon diesen geilen Buchschnitt, ne? Und dann wisst ihr sogar auch schon vielleicht, welches Buch das ist. Nämlich, oh, falsche Seite. Ich bin der Zorn von Ethan Cross. Das ist der, ich meine, mittlerweile vierte Band der Francis Ackerman Jr. Reihe. Das ist einfach so eine extrem Blockbuster-artige Action-Crime-Thriller-Reihe rund um einen Serienkiller und um eine Unit, die mehrere Serienkiller eben zur Strecke bringen möchte. Und dieses Buch hier habe ich als Mengelexemplar bekommen. Und das, obwohl es noch relativ neu ist. Deswegen habe ich direkt zugeschlagen, auch wenn ich den dritten Band dieser Reihe noch nicht gelesen habe. Aber ich weiß, dass das hier absolute Suchtbücher sind. Deswegen finde ich es gut, dass ich den vierten nie habe. Denn wenn ich dann Bock habe auf den dritten, kann ich den vierten gleich hinterher schieben. Und was gibt es Besseres? Dann habe ich geschenkt bekommen von der lieben Franny Mord im Orient Express von Agatha Christie. In dieser Filmausgabe hier, die dann rausgekommen ist, als auch der Film rausgekommen ist. Ich habe aber auch ein Talent, offensichtliche Dinge nochmal auszusprechen, ne? Jedenfalls ist das, glaube ich, so einer dieser richtig klassischen Agatha Christie-Krimis. Ich habe noch nie etwas von Agatha Christie gelesen. Ich mag so normale Krimis nicht. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Buch da wirklich reinfällt in dieses Genre. Aber ich weiß, dass es bestimmt etwas für mich ist. Und werde mich da einfach mal überraschen lassen. Ich bin ungespoilert für diesen Klassiker der Krimi-Literatur. Und glaube, dass das bestimmt ein Highlight ist, wenn ich dann endlich mal dazu komme, es zu lesen. Also nochmal vielen Dank. Ich habe mich mega darüber gefreut. Und auch der Meister, mein Lieblingsautor, hat in diesem Video wieder seinen Platz gefunden. Und zwar in Form von schlaflos Insomnia. Dieses Buch spielt auch in Derry. Genauso wie Es, was ja mein absolutes Lieblingsbuch ist. Und es hat auch einen Luftballon auf dem Cover. Und es handelt auch wohl irgendwie von merkwürdigen Wesen. Zumindest haben wir hier einen Protagonisten, der kaum mehr schläft und einfach wenn er schlafwandelt oder wenn er eben abends wach ist, krasse Visionen hat. Es soll wohl ein absoluter Höllentrip sein. Irgendwie ist das ein Buch von Stephen King, über das ich kaum etwas weiß, bei dem ich nicht weiß, was es überhaupt für Kritikerstimmen bekommen hat. Es ist ein ganz schöner Brocken. Es hat über 1000 Seiten. Und ist deswegen bestimmt nicht einfach mal so weggelesen. Aber es ist einfach Stephen King. Und ich liebe Stephen King. Und als ich Gutscheine zum Geburtstag bekommen habe für Talia, war mir klar, dass mindestens 10 Euro von diesem Gutschein mal wieder für einen neuen Stephen King draufgehen. Und damit wächst mein Stephen King-Sub. Und ich feiere es einfach, weil Stephen King verdammt nochmal der beste Autor ist, den es in der heutigen Zeit gibt. Dann habe ich mir noch gekauft Quality Land. Und zwar die silberne bzw. graue Ausgabe von Marc-Uwe Kling. Dazu habe ich euch schon in meinem Lesemonat reichlich Infos gegeben. Deswegen klickt gerne hier oben einmal rein, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Das Ganze ist auf jeden Fall eine Science-Fiction-Comedy-Dystopie. Sehr unterhaltsam. Hat mir echt richtig gut gefallen. Und ist auch ein Buch, das wirklich sehr gehypt ist. Und ich finde tatsächlich, dass das irgendwo berechtigt ist. Weil das Buch eben so herrlich, bösartig und gesellschaftskritisch ist. Und glaube ich, so viele Aspekte hat, die irgendwie jedem gefallen könnten. Deswegen Quality Land. Thumbs up. Ein Rezensionsexemplar, das mich erreicht hat, ist Schwerelos von Katie Kahn. Ich bin zur Zeit echt in Science-Fiction-Stimmung. Deswegen passt das hier perfekt. Und das Ganze scheint eine Art Science-Fiction-Liebesroman zu sein. Es geht nämlich um zwei Astronauten, die miteinander eben auf der Space Station sind. Und dort passiert ein sehr verheerender Unfall. Und diese beiden schweben dann zusammen im Weltraum. Und anscheinend sind das sogar Liebende. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall geht es eben um den Überlebenskampf dieser beiden Protagonisten. Und ja, das klang einfach wirklich richtig gut. Es klang so ein bisschen wie Gravity, der Film mit Sandra Bullock, falls ihr den kennt. Und den fand ich wirklich mega. Und ich bin einfach gerade in Science-Fiction-Stimmung, in Weltall-Stimmung. Ich liebe Überlebenskampf. Und wenn dann auch noch eine gut geschriebene Liebesgeschichte dabei ist. Ich rede heute sehr schnell und ich stolpele über meine eigenen Worte. Es tut mir sehr leid. Wenn dann auch noch eine gute Überlebensgeschichte und Liebesgeschichte verbunden wird, dann ist das bestimmt ein Highlight. Auf jeden Fall schwerelos von Katie Kahn. Habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Und dafür vielen Dank. Das gleiche gilt für Die Gabe von Naomi Alderman. Auch das als Rezensionsexemplar. Auch das ein Science-Fiction-Buch. Allerdings eher in dem Genre Dystopie. Denn hier geht es darum, ähnlich wie bei Stephen Kings Sleeping Beauties, es geht so ein bisschen um den Geschlechterkampf zwischen Frauen und Männern. Denn hier bekommen Frauen auf einmal außergewöhnliche Gaben und können Männer töten. Und was dann eben mit der ganzen Gesellschaft passiert, das finden wir hier heraus. Das Ganze soll ein bisschen anspruchsvoller sein. Also ich habe es auch schon, als es auf Englisch rauskam, auf meiner Wunschliste gehabt. Und nun, da es eben im deutschsprachigen Raum erschienen ist, dachte ich mir, ja komm, gib es dir halt. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Denn hier hinten steht vor allen Dingen drauf, die Gabel ist der Report der Markt für eine neue Generation. Ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Und ich glaube, das könnte echt was werden, wenn es nur annähernd so gut wird wie Sleeping Beauties. Und ich weiß auch gar nicht, ob man es damit vergleichen kann. Vielleicht ist es so ein Mix aus Sleeping Beauties und der Report der Markt. Ich werde es herausfinden und euch dann berichten. As always. Dieses Buch hatte ich tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Und zwar ist es das Erstlingswerk von Hanya Yanagihara, The People in the Trees. Hanya Yanagihara hat ja ein wenig Leben geschrieben. Eines meiner absoluten Jahreshighlights vom letzten Jahr. Die Platte hat schon einen Sprung, deswegen werde ich einfach an dieser Stelle aufhören, darüber zu reden. Jedenfalls ist dies ihr Buch, das sie davor veröffentlicht hat. Was glaube ich nicht so viel Beachtung bekommen hat wie ein wenig Leben. Und ich erhoffe mir auch auf keinen Fall, dass es auch nur annähernd so gut oder so emotional wird wie ein wenig Leben. Aber wenn hier auch nur ein Fünkchen von ihrem genialen Schreibstil drin steckt, dann wird auch The People in the Trees richtig gut. Es geht um einen Mann, der auf eine Insel in Mikronesien, ja Mikronesien, genau, der dort auf Suche geht nach einem verlorenen Stamm. Und er trifft dort auf eine Gruppe von Menschen, die scheinbar unsterblich ist oder die irgendein Geheimnis hütet. Und dieses Geheimnis gräbt er aus und macht es sich selbst zu nutzen. Und wenn er dann wieder in seiner Heimat ist, ja, erzählt er allen von diesem Geheimnis und dann passiert wohl irgendwie etwas und die Hölle bricht los. Sowohl für ihn als auch für die Leute, deren Geheimnis er ausplaudert. Sehr, sehr, sehr vage Beschreibung, ähnlich wie schon bei Ein wenig Leben. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da wirklich hinter steckt, weil es ist einfach so vage. Und das war bei Ein wenig Leben auch schon so. Und wenn das auch nur annähernd so wird, dann wird Hanya Jana Gihara eine meiner neuen Lieblingsautorinnen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das hier jemals auf Deutsch rauskommt. Ich glaube, es gibt es bisher nur auf Englisch. Und deswegen ist das hier auch nur die englische Version, die im Übrigen mega gut zu Ein wenig Leben passt. Also, voll geil. Jetzt ein richtiges Schmankerl, nämlich ein signiertes Buch von Robin Hobb. Die Gabe... Oh, jetzt habe ich mich damit selbst geschlagen. Die Gabe der Könige. Das Ganze ist Fantasy, habe ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Franni, vielen, vielen Dank. Und das klingt so ein bisschen nach Game of Thrones. Hier haben wir auch ein Bastard und Intrigen am Hof. Und ein drohendes Unheil, das dem Reich droht. So steht das übrigens hinten drauf. Drohendes Unheil, das dem Reich droht. Ist irgendwie doppelt gemoppelt, ne? Naja, und viel mehr weiß ich auch nicht darüber. Es klingt, wie gesagt, für mich so ein bisschen nach Game of Thrones. Auch der Aufmachung nach zufolge ist das ja so. Und ja, die Gabe der Könige. Der Stapel lichtet sich. Und bevor ich hier zu den nächsten Büchern komme, möchte ich euch noch kurz das Buch vorstellen, das dafür sorgt, dass dieses Video hier gesponsert ist. Dafür, dass ich dieses Buch euch zeige, bekomme ich also eine kleine Vergütung. Und zwar ist das Schattengrau Die Asylanten von Michael Jäger. Das Ganze habe ich als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen. Denn, nun ja, das kommt eben auch als E-Book gerade ganz neu auf den Markt und stellt das Erstlingswerk von Michael Jäger dar. Und das Ganze ist, ja, in dem Bereich High Fantasy, aber auch irgendwie Urban Fantasy angesiedelt. Es ist nämlich ein Roman, der, ja, eben eine Fantasy-Geschichte spinnt, aber das Ganze mit gesellschaftskritischen Untertönen. Es geht hier nämlich unter anderem auch unterschwellig um die Flüchtlingsproblematik. Deswegen trägt dieses Buch ja auch den Untertitel Die Asylanten. Denn unsere beiden Protagonisten, nämlich Myria und Lutzka, sind beide, ja, Flüchtlinge, weil ihnen gerade am Anfang dieses Buches einfach Dinge widerfahren, womit sie quasi alle ihre Mittel verlieren und einfach in eine Gesellschaft hineinkommen, ja, in der sie irgendwie nicht gewollt werden und eben zwischen einer Flüchtlingsproblematik und zwischen einem Krieg auch irgendwie stecken. Und wir begleiten eben in diesem Buch diese beiden Protagonisten und wie sie sich durch ihr Leben quasi schlagen, durch Sklaverei, durch Widerstand. Und das Ganze ist eben angesiedelt in einer epischen High Fantasy-Welt, aber hat eben hin und wieder natürlich Bezug auf unsere heutige Gesellschaft. Und das, finde ich, ist eine echt spannende Mischung. Und wenn ihr darauf gespannt seid, dann ist dieses Buch vielleicht ein Geheimtipp für euch. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Wir springen aber auch hin und her mit den Genres. Meine Güte, jetzt haben wir nämlich wieder einen Thriller. Und zwar wieder einen, der mir Franny geschenkt hat, nämlich Woman in Cabin 10 von Ruth Ware. Für mich klingt das Ganze nach Gone Girl meets Passagier 23. Hier wird unsere Protagonistin nämlich Zeugin eines Mordes auf hoher See und versucht das Ganze dann aufzuklären oder eben an die Polizei weiterzugeben. Aber irgendwie, ja, glaubt ihr niemand und sie weiß nicht, dass noch etwas viel, viel Krasseres dahinter steckt. Ein Thriller mit einem rasanten Plot. Ein richtig cool gestaltetes Buch im Übrigen auch. Und das alleine war Grund genug irgendwie für mich, dieses Buch haben zu wollen. Und deswegen habe ich wieder Futter für mein Thriller-Regal und, ja, Woman in Cabin 10. Und als nächstes haben wir Wonder Woman! Denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass bekannte Jugendbuchautorinnen und Autoren diese ganzen DC-Superhelden jetzt irgendwie verwursten und darüber halt Bücher schreiben. Und da ja sowieso Wonder Woman den reinsten Hype erlebt hat nach dem Film von letztem Jahr, der im Übrigen wirklich so gut war, wie alle sagen, kam natürlich zuerst jetzt Wonder Woman in dieser Reihe raus. Und das Ganze ist geschrieben von Leigh Bardugo. Zu Wonder Woman brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Hier geht es eben um Wonder Woman, aber, soweit ich weiß, in eher jüngeren Jahren. Deswegen ist das Ganze auch ein Jugendbuch. Soll aber auch sehr rasant geschrieben sein. Und da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Hab richtig Bock drauf, weil ich Wonder Woman einfach feier und gehypt bin. Und hoffe einfach, dass das nicht zu jugendlich und zu teeny gedönsig wird, sondern so ein bisschen in diese Superhelden-Schiene reingeht und ein bisschen, ich weiß nicht, Wonder Woman-Power einfach zeigt. Und dann wird das Buch gut. Und ich bin jetzt einfach mal positiv gestimmt und hoffe, dass das auch ein kleines Highlight wird. Yay, der Stapel lichtet sich und wir haben noch ein Jugendbuch, nämlich Young Elites. Das Bündnis der Rosen Teil 2, also Teil 2 dieser Reihe von Mary Lou. Den ersten Band fand ich ja wirklich durchschnittlich bis sogar schlecht. Aber er hatte so seine Lichtblicke und gerade das Ende, was ich natürlich nicht spoilern möchte, war echt so, dass ich irgendwie mir denke, okay, ich muss es weiterlesen. Weil es sich gerade in eine Richtung entwickelt, die diese Trilogie wirklich gut machen könnte. Und die dafür sorgen könnte, dass das eine Jugendbuchreihe ist, die aus einem anderen hervorsticht. Deswegen habe ich mir dieses Buch hier gekauft. Mittlerweile gibt es ja auch den dritten Band. Den werde ich mir allerdings wirklich erst zulegen, wenn ich das hier gelesen habe und weiß, ob das jetzt in die richtige Richtung geht oder nicht. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten und hoffe einfach, dass es in die richtige Richtung geht. Bitte, 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 bitte. Gott, dieser zweite Stapel, den ich hier gerade aufmache mit den Büchern, die ich euch schon gezeigt habe, dieser hier, der wird jetzt langsam auch ziemlich groß. Also ich bin hier in einem Chaos beim Dreh. Meine Fresse. Hilfe, 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 Hilfe. Noch ein Jugendbuch ist The Becoming of Noah Shaw. Und wenn ihr meine ganz, ganz, ganz ersten YouTube-Videos gesehen habt, wovon ich nicht ausgehe und was ich nicht hoffe, dann habt ihr vielleicht diese Reihe schon öfter einmal hier gesehen. Denn ich bin ein großer Fan dieser Trilogie, also bisher war es eine Trilogie, rund um Mara Dyer. Und dies ist nun das Spin-Off sozusagen, beziehungsweise der Start einer neuen Trilogie, die das Ganze einfach weiterspinnt nach dem Ende des dritten Bandes. Und das Ganze ist Jugendbuch-Horror, was eigentlich eine Kombination ist, die nicht funktionieren kann. Aber für mich funktioniert es. Und es ist für mich eine der besten Jugendbuchreihen, die es einfach gibt. Leider, leider, leider gibt es die gar nicht richtig im deutschsprachigen Raum. Das erste Buch wurde veröffentlicht unter dem Titel Was geschah mit Mara Dyer oder Wer ist Mara Dyer oder so? Und dann hat man nie wieder etwas davon gehört. Warum nicht? Es ist so gut. Bitte, Leute, verlegt es einfach in Deutschland. Und dann können noch mehr Leute diese Geschichte hier erleben. Und das würde ich mir sehr wünschen. Und wo wir schon bei fortgeführten Trilogien sind, die jetzt eine zweite Trilogie erhalten und damit auch ein Spin-Off, kann ich euch das geilste Buch zeigen, das dieser Bücher-Hall zu bieten hat. Na? 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 Ahnt ihr es? Ahnt ihr es? Ahnt ihr es vielleicht, wenn ich dieses Video hier oben verlinke? Ahnt ihr es? Ahnt ihr es? Das neue Red Rising! Und zwar Iron Gold. Iron Gold erzählt die Geschichte von Red Rising weiter. Mehr möchte ich nicht sagen, weil ich sonst einfach alles spoilern werde. Und das möchte ich nicht. Ich sage es an dieser Stelle einfach noch einmal. Falls ihr es noch nicht gehört habt, bitte lest Red Rising. Red Rising ist eine epische Science-Fiction-Trilogie, Dystopie, sowas von blutig und derbe und aggressiv, spannungsreich, temporeich, wendungreich, wie ihr einfach noch keine andere Reihe gelesen habt. Sie geht trotzdem so dermaßen unter die Haut und macht einen so emotional. Und deswegen habe ich dieses Buch natürlich sofort angefangen zu lesen, nachdem ich es mir gekauft habe. Bin mittlerweile ungefähr zur Hälfte durch und möchte noch nichts dazu sagen, weil ich es gerade einfach noch genieße und leider sehr, sehr wenig Zeit habe zur Zeit zum Lesen. Aber wenn ich Zeit habe, dann dieses Buch, das ich einfach nicht wieder hergeben möchte. Dann habe ich zugeschickt bekommen von Christopher Golden, den ich übrigens noch gar nicht auf dem Schirm hatte, wobei er ziemlich geile Bücher geschrieben haben soll. Der Fährmann. Das war gerade auch irgendwie komisch, ne? Ich lehne mich so weg vom Buch. Ja, jedenfalls ist das Ganze ein wunderschön aufgemachtes Buch, das auch noch illustriert ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so schnell Illustrationen finde, die ich euch zeigen kann. Ja, hier zum Beispiel. Oh, oh, oh. Jawoll. Und es klingt auch einfach richtig gut. Obwohl die Beschreibung hinten sehr vage ist. Hinten steht nämlich drauf, die Ebenen der Realität verschieben sich, als ein uralter Mythos auf furchtbare Weise lebendig wird. Es geht um ein Ehepaar, das sich den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen muss. Intelligenter Horror mit emotionalem Tiefgang. I'm sold. Und irgendwie wird ja dieser Autor tatsächlich auch ab und zu mal mit Stephen King verglichen. Ich habe noch nichts von Christopher Golden gelesen, bevor ich von dem Herausgeber dieses Verlages kontaktiert wurde. Wusste ich gar nicht, wer das ist, aber habe mich dann ein bisschen informiert und dachte, ja, dieses Buch brauchst du. Und mach es einfach mal darauf aufmerksam, weil ich wirklich glaube, dass das echt cool sein könnte. Und last but not least, wir sind am Ende angekommen, Freunde. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Habe ich noch zwei Bücher von der gleichen Autorin oder von dem gleichen Autorin. Es ist ein bisschen peinlich, dass ich nicht mal weiß, ob es ein Mann ist. Es ist ein Mann. Von dem gleichen Autoren, nämlich M.R. Carey. Und zwar ist es einmal The Boy on the Bridge und einmal Felside. Dieser Autor ist der Autor von Die Berufene, was für mich eines der Jahreshighlights der letzten Jahre war. Und das Ganze sind dann auch Science-Fiction, Thriller, Horror, Dystopien. Dieses hier, The Boy on the Bridge, ist das Prequel sozusagen von The Girl with All the Gifts, also von Die Berufene. Es schließt also nahtlos daran an, beziehungsweise es spielt halt in der gleichen Welt, naja. Und Felside ist aber ein Standalone-Buch. Aber beide klingen einfach super gut, beide sehen einfach super gut auch aus. Also ich liebe diese Ausgaben einfach. Und wenn M.R. Carey wirklich hier so gut schreibt, wie auch bei Die Berufene, dann steht diesen beiden Büchern nichts im Wege, Highlights zu werden. Und deswegen habe ich mir sie beide zu Weihnachten schenken lassen und bin mega gespannt. Und sobald ich im Thriller-Horror-Dystopie-Stimmung bin, werden diese hier zuerst gelesen. So, das war's. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere Buch für euch auch entdeckt. Schreibt mir gerne, wie immer, unten einen Kommentar. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.